Heyo Leute, wenn ihr das hier seht, dann bin ich wahrscheinlich schon im Urlaub. Ich werde am Montag, ich weiß nicht, ich denke das hier werde ich Montag hochladen. Das heißt für euch heute werde ich nach England fahren mit einer Reisegruppe. Also es ist nicht so eine typische Jugendfreizeit, ist aber auch kein typischer normaler Urlaub. Denn ich werde da in einer britischen Familie sein, in Pool. Das ist in der Nähe von London, falls mich da einer besuchen will. Und ja, ich werde da zwei Wochen sein mit noch einem anderen. Also es sind immer so, zwei Leute sind in einer Gastfamilie. Und ja, ich werde da auch in die Schule gehen für vier Stunden jeden Tag. Also vier Schulstunden jeden Tag und das ist auch nur Englischunterricht. Von daher halb so wild. Und das ist weniger Party machen, sondern mehr so ein bisschen, ich sag mal ein Erlebnis. Klingt natürlich jetzt ein bisschen schwul. Aber naja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und ich werde versuchen euch mit Videos zu versorgen. Ich habe jetzt ein paar fertig gemacht heute Abend, die ich euch dann nach und nach freischalten werde. Und ja, also nicht wundern, ich weiß nicht wie es da ist, ob ich da Internet haben werde. Ich hoffe mal, ab und zu bestimmt. Aber wer weiß, ob ich die ganze Zeit bei denen zu Hause Internet habe. Und was wollte ich sagen? Genau, deshalb nicht wundern, wenn ich nicht auf Kommentare antworten kann oder so. Und ja, in zwei Wochen gibt es dann wieder Neues von mir. Was ihr jetzt seht, ist ein Listen-In in einem Scrim gegen ein, ich weiß gar nicht was für ein Team. Das ist irgendein Team von Deserto. Ein Scrim ist sowas wie ein Freundschaftsspiel beim Fußball. Man spielt einfach, um zu üben. Nur oft mit wenig Freundschaft, oft mit viel Beleidigung. Aber naja, das Game ist ganz cool gewesen. Und ja, ich hoffe es euch gefallen. Weil Czarnik, der da unten in unserem Team da ist, wenn ihr nachher aufs Scoreboard schaut, oder wenn ihr unten in den Killfeed schaut, der ist nicht in unserem Team. Der hat nur als Pickup mitgespielt, weil Kapa nicht da war, beziehungsweise Kapa nicht, nee, ich glaube Kapas Freundin war bei Kapa. Und naja, deshalb konnte er nicht spielen. Und ja, ich hoffe es gefällt euch. Viel Spaß mit dem Listen-In und ja, bis in zwei Wochen. Ich fange die hier in Dünner ab, falls sie hier durch Dünner kommen. Einer muss trotzdem Back Alley schauen. Okay, hier kommt jetzt einer. Ich höre ihn. So, ja, ja, haben wir durch die Wandgegeben. Zwei Leute kommen jetzt von unten, zwei Leute kommen jetzt von unten, glaube ich. Hab den, hab den, hab den, Leute. Unten ist einer. Der bleibt aber unten. Kann sein, dass er übers Fenster kommt. Eine, eine ist hinten, hinten, ganz, ganz hinten. Jump up, einer. Der ist ganz hinten auf der Straße. Ja, ich werde dir von drei Leuten, sorry. Wir sind am besten zwei. Ah, er gibt mir doch den Scheißrauch. Ach, schnauze das Handy, Mann. Komm, Scheißrauch, nächster. Ne, können wir von der Zeit raus holen, wenn wir jetzt gut setupen. Oh, man, ich... Ganz vergessen, dass ich keine Dings hab. Drei Leute kommen mit Packages, drei Leute, drei Leute. Okay. Ich streake die. Ich streake Packages. Jetzt mach ich offensive Cutoffs hier. Drei Leute auf der Seite, einer ist bottom-brown. Ich hatte gerade drei down und bin dann auf Cutoffs gegangen. Fuck, zwei Leute kommen noch von vorne, beide weak. Kommt, Scheiß, kriegen wir. Ich krieg ihn nicht, ey. Ich habe in der Rolle verloren. Lass mich, lass mich die. Fuck, mit dem Punkten hätte ich streaks. Egal. Ja, ich habe es selbst nicht bemerkt. Ich habe jetzt eine Hellstorm, also... Ah, einer ist Top Granny. Top Granny kommt runter. Zwei Leute auf der Street da. Stellung umkämpft. Ich push Backally raus. Ich habe einen Blitzschlag. Eine kommt über die Mauer von Döner. Komm, holt dich in den nächsten Nö. Rotiert, rotiert, rotiert. Ich brauche hier Hilfe. Einer ist hier beim Container irgendwo. Und er back, ehrlich, irgendwo ist der. Ich habe Backally. Ich habe Backally. Ich habe Backally. Okay. Ah, fuck. Einer kommt jetzt. Einer kommt jetzt. Backass, Backass, Backass. Ich habe Backally. Ich habe Backally. Nice. Tankstelle. Oh, einer kommt aus Braun raus. Er geht jetzt wieder. Okay, kommt doch wieder. Einer hat's drin. Down, nice. Stellung umkämpft. Jump up. Jump up. Drei Stück. Hey, einer back. Da liegt auf Freien. Oh, der hat mich. Noch einer. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Wir haben die Führung verloren. Achtung, fanklicher Blitz. Oh, der Weg. Stellung identifiziert. Habt ihn. Er war eliminiert. Leer geschossen. Oh, Gott. Wir haben die Kontrolle übernommen. Ich habe mit Street. Einer kommt jetzt hier. Backally. Ich bin gerade in Döner. Klamm ab. Okay, habt ihr. Nice. Ja, hab ich. Nice. Playground ist einer. Mein nächster ist vorhin schon. Ja, den hab ich. Einer mit Street kommt Playground. Einer ist Backally. Ah, der pusht vorhin. Ich hole die auf Rotation. Ich hole die auf Rotation. Okay, zwei. Die pushen alle noch auf den Hill. Die pushen alle noch auf den Hill. Ja, nice. Ich will mich set up machen. Bein Abschuss. Ich warte auf die Gas. Ich warte auf die Gas. Wenn ihr mir hier gleich die Punkte lasst, dann... Double Streaks. Okay, die sind alle noch da. Alle noch da. Ja, lasst mir die Punkte, dann habe ich wieder neue Streaks. Heldstormit. Heldstormit. Einer kommt über Broken, zwei über Playground. Einer noch im Alten. Heldstormit. 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 Ich habe wieder Streaks. Einer kommt in den Spawn rein. Ich habe den Spawn verloren. Oh, einer kommt in den Spawn. Der Spawn ist weak. Ich kriege nicht meinen Spawn. Drei pushen Packages. Drei Stück. Heldstormit. Der ist weak an der Treppe. Stellung abgeregelt. Einer kommt noch Packages. Ich habe ihn gesehen. Oh, der ist jetzt neben der Treppe. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin der Wahnsinn. Kein Teilen. Der Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade meine AN-Connection-Warrior-Waffe gebraucht. LOL. Einer ist Statue, Statue. Nee, nee, nee. Stellung um Camp. Braun, Braun, drei Braun. Einer kommt noch. Ja, hinter euch. Nein, der ist Braun, wie? Braun, wie? Seid ihr streaken? Nein, noch nicht. Nein, nein. Ja, ich sehe. Stellung abgehend. Gats ist Braun. Stellung umkämpft. Einer low, Braun. Ja, das ist... Nice, down. Die kommen von Broken Wall. Noch einer. Mid-Street, mid-Street, mid-Street. Stellung umkämpft. Nice. Good kill. Heldstorm, Rakete auf der Weg. Zwei, die kommen über Back Alley. Da sind noch zwei Döner drin. Da sind noch zwei Döner. Stellung umkämpft. Oh, die kommen über Mid-Street. Die kommen über Mid-Street. Ah, er hat mich, er hat mich Back Alley gestreakt. Ah, er ist so weak. Geh auf den Eimer rein. Die gehen auch alle über mit Street, alle mit Street. Ja, alle mit Street. Ich streake den nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Zu nice. Er geht einfach raus. Fertig. 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 Ja, du schweifst da nur noch eine Runde rum. Du bist der Beste. Abgeschossen. Nice. Deren Schmerzen sind doch... Deren Schmerzen sind doch...